Katrin, was ist der Unterschied zwischen Mut und Zivilcourage? Keine Ahnung. Ich meine, wenn ich irgendwie mit einer Straßenbahn helfe, der ein Problem hat, dann ist mir das eigentlich schon irgendwie unangenehm. Also mutigt mich das schon. Aber ist das Zivilcourage? Naja, bin mir nicht sicher. Allerdings habe ich eine Idee. Die Frage, was der Unterschied zwischen Mut und Zivilcourage ist, die kann man klären. Nämlich zu einem Workshop, Zivilcourage online. Gib bitte nicht zu einem Workshop, der ist sicher uruncool. Nein, ist nicht uruncool. Das ist ein Workshop, der in den Schulen stattfindet. Die Schulklassen können das buchen. Und man beschäftigt sich mit dem Thema, was ist Mut, was ist Zivilcourage? Vor allem, was ist Mut und Zivilcourage im Netz? Wie kann ich Stellung nehmen? Aber das sind doch dann sicher nur Vorträge und wir Schüler können dann nichts machen. Keine Vorträge, Warnspiele, gemeinsames Erarbeiten, selber entdecken, draufkommen. Ja. Ah, das ist cool. Wo kann man das buchen? www.zivilcourage.at Das ist cool. Das machen wir. Okay. Okay. Okay.